Dirk Kleb, Programmschiff von Antenne Vorarlberg, das Marktforschungsinstitut GfK hat die letzten fünf Jahre anscheinend nicht immer korrekte Zahlen geliefert. Was bedeutet das für die Antenne Vorarlberg? Wir waren über diese Nachricht sehr, sehr überrascht und auch schockiert. Und das ist auch gerade ein Skandal in der Radiolandschaft Österreichs. Denn in der Tat, das zeigt sich, sind bei einigen Radiosendern in Österreich von der GfK falsche Zahlen geliefert worden in den letzten Jahren. In zum Teil wirklich beachtlichen Größenordnungen wurde hier gefälscht, gab es hier Zahlen, die nicht korrekt waren. Und was sich jetzt zeigt, ist, dass es vor allem zugunsten von ORF-Sendern war, zugunsten Radio Vorarlberg, zugunsten Ö3 und zu Lasten einiger großer Privatsender in Österreich, zum Beispiel Antenne Steiermark, Antenne Kärnten und maßgeblich auch uns, Antenne Vorarlberg. Und die Zahlen, die wir jetzt korrigiert schon bekommen haben für das letzte Jahr 2015, zeigen einfach, dass wir wirklich um sehr, sehr viele Prozente im Marktanteil geprellt wurden. Wir sogar für das Jahr 2015, was uns jetzt wirklich gestern erreicht hat, diese Information, Marktführer in Vorarlberg waren vor Radio Vorarlberg, vor Ö3 für die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und das ist eine Sensation eigentlich, weil damit sind wir der erste Privatsender überhaupt in der Geschichte des Privatrundfunks in Österreich, der es geschafft hat, im Bundesland Ö3 zu knacken. Über diese Zahlen wird ja auch festgelegt, was man für Werbung verlangen darf. Also hat direkte Auswirkungen dafür, was ein Radio Sender verdienen kann und verdient. Was bedeutet das für die Antenne? Das sieht so aus. Das wird jetzt aber gerade alles noch geprüft und das ist noch alles hier in der Schwebe. Gerade wir warten auf die korrekten Zahlen, die uns von der RMS, die die nationalen Werbeerlöse verwaltet und vermarktet, die uns volle Transparenz zugesichert hat. Die RMS ist genauso überrascht und schockiert über diese Fälschungen der GfK, wie es die einzelnen Radiosender sind. Und es wurde uns diese Transparenz halt eben versprochen und zugesagt. Die Daten, die richtigen Daten für die letzten Jahre, die kommen jetzt in den nächsten Wochen, sind sie angekündigt. Das wird man sich natürlich alles ganz genau anschauen, um dann halt eben die nächsten Schritte zu überlegen, sehr klar und sehr genau zu überlegen. Aber, und das ist ja natürlich klar, wenn hier wirklich, und so sieht es aus, Gelder entgangen sind, die eigentlich für Sender wie uns zum Beispiel zugestanden hätten und die halt nicht ausbezahlt worden sind aufgrund gefälschter Zahlen, dann werden wir natürlich uns auch Regressansprüche überlegen.